Dördördörp ist verboten als Jugendwort 2024. Bei der Abstimmung vom Langenstein-Ponz-Verlag kann man eben dieses Wort oder diese Begrifflichkeit nicht eingeben. Und auch Stolzmonat beispielsweise ist nicht in Ordnung als Jugendwort und kannst du nicht absenden. Und zugleich gucken wir uns auch noch an, dass der Verfassungsschutz den sogenannten Stolzmonat, nämlich rechtsextremistisch und antidemokratisch, betitelt hat. Moin zusammen, ich bin Olli für kritischen Content, bisschen genau richtig, lass jetzt gerne ein Abo da. Und das kannst du dir wieder mal an Lächerlichkeit nicht vorstellen, was hier wieder mal passiert. Wisst ihr, das ist ja eine nette Sache. Das gibt es ja schon etliche Jahre, dass das Jugendwort des Jahres regelmäßig gesucht wird. Aber offensichtlich kommt jetzt raus, dass da nicht jedes Wort willkommen ist. Denn ich habe mir das Ganze mal angeguckt. Hier in der offiziellen Pressemitteilung vom Jahr 2023 hieß es nämlich beim Langenstein-Verlag, was folgt nach Smash, das Voting zum Jugendwort 2023 startet. Und da haben sie dann hier geschrieben, Zitat, der Boomer ist mal wieder lost. Wenn sich Jugendliche unterhalten, stehen Erwachsene meist planlos daneben. Auch dieses Jahr rufen sie wieder auf und so weiter und so fort. Und die Wahl des Jugendwortes liegt dabei komplett in den Händen der Jugendlichen. Die Sprechexperten, ich dröne da nicht, des Verlags, Pons und so weiter behält sich lediglich vor, die Einhaltung bestimmter Kriterien zu überprüfen. Einreichungen mit beleidigenden, diskriminierenden oder sexistischem Bezug sowie offensichtlichen Fakes werden vom Voting ausgeschlossen. Surprise, surprise, man möchte offensichtlich nicht alles. Und dann dementsprechend jetzt für die Abstimmung 2024 geht es dann hier rund. Per Ex haben dann ein paar Leute, die sich mit Programmierung auskennen, offensichtlich bei der Webseite mal ein bisschen in den Quellcode geguckt. In der Index.js sieht man das Ganze nämlich, was da zumindest Frontend-mäßig definitiv ausgeklammert ist. Das ist dann zum Beispiel Stolzmonat, Hu, Sohn, Döp, 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 und so weiter. Ganz viele verschiedene Varianten mit Döp, 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 Anspielung an den Song von Gigi D'Agostino, La Mour Toujours. Und dementsprechend auch noch ein paar andere Beleidigungen, Remigration beispielsweise, Deutschland den Deutschen oder auch Ausländer raus. Ja, man möchte hier offensichtlich nicht wirklich die Meinung der Jugendlichen wissen. Anders kann man es doch nicht mehr sagen. Wisst ihr, Leute, dass hier eine solche Vorauswahl schon genommen oder gemacht wird, ist wirklich unfassbar. Apollo schreibt dazu, alljährlich wird in einer Abstimmung des Langenscheids Verlages das Jugendwort des Jahres gewählt. Aktuell können Vorschläge eingereicht werden, das ist diese erste Phase, aus denen die Jury schließlich das Jugendwort des Jahres 2024 bestimmen wird. Klar ist es aber jetzt schon, welche Ausdrücke definitiv nicht in die nähere Auswahl kommen. Einige davon habe ich ja gerade eben genannt, unter anderem halt auch Döp, 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 Döp. Das kannst du dir nicht mehr ausdenken, wie es der Leute, das sagt man schon. Ja, natürlich ist wichtig, ist interessant und wir wollen hier von der Jugend natürlich wissen, Zitat, die Wahl des Jugendwortes liegt dabei komplett in den Händen der Jugendlichen. Allerdings gibt es da Bedingungen. Dann kannst du dir alles nicht mehr ausdenken. Das Wort Stolzmonat, wie gerade eben gesagt, ist ja ebenfalls auch verboten. Und wenn man sich das dann mal anguckt, ist das ganz interessant. Das bezüglich, also wer das gar nicht kennt, das hat sich letztes oder was schon vorletztes Jahr, ich glaube letztes Jahr, ja eigentlich erst entwickelt, so als, ja, Protestaktion, weiß ich gar nicht, ob man das jetzt nennen möchte, sondern einfach Bekundung dessen, dass man zu seinem Vaterland Deutschland steht und es gut findet und das Ganze auch symbolisieren möchte, parallel zu diesem Pride Month. Und da gehen halt zahlreiche Leute hin, per Ex, per Facebook und wie die ganzen Plattformen alle heißen und machen ihr Profilbild raus, machen eine Deutschlandflagge rein oder machen ihr Profilbild auf eine Deutschlandflagge. Viele haben das auch ganzjährig mittlerweile drin. Also einfach schöner Nationalstolz. Wirklich nichts zu verurteilen, was schlecht ist, zumindest was ich da an Sachen gesehen habe, kann ich wirklich nichts Negatives zu sagen. Und dann heißt es nämlich jetzt hier, der Verfassungsschutz nennt den Stolzmonat rechtsextremistisch und antidemokratisch. Und ich habe mir dieses circa anderthalbminütige Video per Ex angeguckt, wo das veröffentlicht wurde und da wird wirklich so viel gesagt, was du dir nicht mehr vorstellen kannst. Die Behörde kritisiert angeblich vom Stolzmonat ausgehenden Nationalstolz bei gleichzeitiger Abwertung anderer Nationen. Zitat, wie es hier heißt. So, und diese Kernelemente des Stolzmonats sind dann laut der Analyse vom Verfassungsschutz. Überleg mal, mit was die sich beschäftigen. Der Verfassungsschutz Niedersachsen beschäftigt sich damit, dass einige Leute bei Ex hingehen und sagen, jo, ich mach mir mal eine kleine Deutschlandflagge in mein Profilbild. Das kannst du dir wirklich nicht mehr ausdenken. Also von einem Verfassungsschutz wünsche ich mir was anderes. Diskriminierung von queeren Menschen, Nationalismus, Ablehnung Werte liberaler Demokratien und die Vereinnahmung der Nationalflagge. Das sind Kernelemente laut dem Verfassungsschutz Niedersachsen von dem sogenannten Stolzmonat. Also Leute, wer auf sowas kommt, der hat eine sehr, sehr große Fantasie. Und interessant ist ja auch, gibt es denn da überhaupt eine rechtliche Grundlage? Gibt es eine rechtliche Grundlage, dass der Verfassungsschutz so dagegen vorgeht? Und da hat nämlich ein User per Ex darunter gepostet und gefragt. Und nebenbei gesagt, der hat 2,5 mal so viele Likes bekommen, 1600 im Verhältnis hier zu 700, ungefähr 2,5 so viel, wie das Originalposting dieses Video. Sondern schreibt er nämlich, inwiefern verstößt der Stolzmonat gegen das Grundgesetz? Was ist die Rechtsgrundlage, die den Verfassungsschutz ermächtigt, eine solche Social Network Kampagne zu fahren? Und das ist eine berechtigte Frage. Und hier wird direkt argumentiert mit dem Artikel 1 Grundgesetz. Die Würde des Menschen ist unantastbar. Dann sagt jetzt hier, und darunter steht auch noch, Paragraf 3 Absatz 3 NVERVF, welches ist das denn jetzt? Moment, da hatte ich eine... Niedersächsisches Verfassungsschutzgesetz. War mir ehrlich gesagt so nicht bekannt, das auf jeden Fall auch noch. Und da sagt der Kommentator weiterhin, bitte korrekt zitieren. Artikel 1 Absatz 1 Satz Y. Inwiefern verstößt eine queerkritische Kampagne, die auf künstliche Stilmittel zurückgreift gegen die Menschenwürde? Das ist es ja, die Würde des Menschen ist unantastbar. Kennt hier mal mit dem Verfassungsschutz Niedersachsen die Objektformel des Bundesverfassungsgerichts? Und dann gab es noch eine Antwort, gab es noch darauf, die ich gesehen habe. Queerkritisch wäre verharmlosend. Warum Artikel 1 Grundgesetz? Zum Beispiel dadurch, bestimmte Gruppen herabzuwürdigen, zu diffamieren, diskriminieren oder entmenschlichen. So, und dann sagt der Kommentator genau die richtige Frage, die ich jetzt auch stelle. Ein konkretes, auch nur ein konkretes Beispiel, Zitat, das geeignet ist, über Kritik hinaus als Menschenwürde verletzend gelten zu können und das keinen Ausnahmefall, sondern die Regel widerspiegelt. Seitdem hat das Social Media Team vom Verfassungsschutz nicht mehr geantwortet. Ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Es ist dann Lächerlichkeit, wirklich nicht mehr zu übertreffen, was hier vorgesetzt wird und womit sich hier offensichtlich in den hohen Behörden dieses Landes beschäftigt wird. Schreibt eure Meinung zu diesen beiden Themen gerne unten in die Kommentare rein. Ich bin sehr gespannt darauf. Abonniert den Kanal, wenn ihr noch mal seid. Danke, bis zum nächsten und ciao.